Hallo liebe Facebook-Freunde! Wir sind gerade direkt nach der Show in Stuttgart. Und wie es so aussieht, das seht ihr jetzt gerade? Die Halle leert sich. Wir sind jetzt gerade draußen. Wir gucken uns mal an, was nach der Vorstellung so abgeguckt wird. Hier steht unser Chef und die Anne. Wie am Flughafen, oder? Das ist Stuttgart 21. Jetzt wollen wir noch mal schauen, was unsere Kollegen so an der Autogrammstunde so machen. Hallo, wie hat es denn gefallen? Sehr gut! Super! Ja, wir sind schon Stammgäste. Wie geht das hier? Äh, das ist die zweite. Das ist die zweite. Aber in Zukunft. Ach so, super. Super. Wir bleiben dabei. Tschüss! Ja, hallo, wie der Patrick gerade eben sagte. Wir sitzen hier gerade in der Garderobe. Hinter mir sieht man es vielleicht ein bisschen. Da ist so ein Schminktisch und da hinten geht es noch weiter. Da ist dann das Bad, wo man sich auch duschen kann und so. Und wir essen Mandarinen, weil Darsteller müssen gesund bleiben. Hallo! Nach einer langen Strecke sind wir endlich im Hotel angekommen. Jetzt sage ich gute Nacht. Bis dann. Tschüss! Tschüss und bis bald! bis bald auch. Bis bald! Bis bald! elected bis bald! Ein Ruhh kay Want B image Im Untertitelung des ZDF für funk, 2017